So, weiter geht's. Ihr nehmt euch zu Hause den Stuhl. Ich habe den Hocker hier. Wie gesagt, denkt bitte daran, dass das alles sicher steht. Dass er nicht ausrutscht. Dass er nicht umfällt. Dass er nicht auseinanderbricht. Was auch immer. Aber Sicherheitsbelehrungen. So, und dann kennt ihr das schon. Wir kombinieren. Wie gesagt, eigentlich wie wir es schon kennen. Ihr geht hoch. Bein aus dem Stuhl. Steigt rauf. Geht runter. Und geht nach hinten in den Ausfallschliff. Okay? Dann wieder hoch. Hoch. Runter. Und nach hinten in den Ausfallschliff. Dann macht ihr so 10 bis 20 Wiederholungen. Und wenn ihr die habt, wechselt ihr das Bein. Hoch. Runter. Ausfallschliff. Hoch. Runter. Ausfallschliff. Und wieder 10 bis 20 Wiederholungen. Okay? Also immer erst, nachdem ihr die Wiederholung voll habt, das Bein wechselt. Ausfallschliff. Und dann. Noch mal eine neue Plankeversion. Wir rieben alle Planke. Besonders, dass ihr die Planke nicht können. Ihr geht quasi in die Planke. Dann kommt er hoch in den Wingsstütz. Und springt hier rein. Füße. Nehmen die Hände. Immer zurück. Rein. Hoch. Rein. Rein. Okay? Auch so 10 bis 20 Wiederholungen. Kurze Pause. Und 5 bis 10 Durchhängungen. Bis gleich.